Endlich ist es Frühling. Die Natur erwacht zu neuem Leben. Die Tage werden länger und heller. Ich liebe diese Zeit. Die ersten Blumen in den verschiedensten Farben. Die Wiesen und Gärten färben sich so langsam in sattes Grün. Und die Äpfelbäume blühen auch schon. Wie faszinierend die Blüten unter der Frostschutzberegnung heute aussehen. Neues Wachstum entsteht. Die Pflanze ist ein Wunder für sich. Alles in der Natur hat seinen Platz und seine Ordnung. Hier erkenne ich Gottes Spuren in der Schöpfung. Sie weisen auf den Schöpfer hin. Gott kann neues Leben schaffen, da wovor er nichts war. Er kann alles verwandeln und neu machen. Er bringt die Blumen zum Blühen und die Blätter der Bäume zum Wachsen. Er lässt die Sonne für uns scheinen und die Vögel für uns singen. Gott muss ein Künstler sein. In Psalm 104 in der Bibel, da drückt der Schreiber David seine Freude und seine Dankbarkeit aus über den Schöpfer. Herr, welch unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke. Du hast alles weise geordnet. Die Erde ist voll von dem, was du geschaffen hast. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will nicht aufhören, ihn zu loben. So wie Gott die Blumen und Pflanzen und Tiere geschaffen hat, so hat er auch dich und mich einzigartig und wunderbar geschaffen. Er hat dir und mir das Leben geschenkt. Der Zweck und die Bestimmung unseres Lebens ist die Gemeinschaft, die Beziehung zu unserem Schöpfer, zu Gott. In seiner Gegenwart, in seiner Nähe verwandelt sich unser Leben. Sobald Gott in unserem Herzen einen Platz gefunden hat, erwacht sinnbildlich der Frühling in uns. Wir beginnen aufzublühen. Neues in uns kann wachsen und entstehen. Wärme und Licht erfüllt uns. Unser Leben erstrahlt in neuen Farben. Aber wie können wir diese Beziehung zu Gott bekommen? Dafür hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Er nahm unsere Schuld und Sünde, alles was uns von Gott trennt, auf sich und starb dafür am Kreuz. Jeder Mensch, der im Glauben Jesus als seinen Retter annimmt und ihn in sein Herz einlädt. Der hat Zugang zu Gott und bekommt neues ewiges Leben. In der Bibel lesen wir, wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie eine Beziehung zu Gott dein Leben verändern kann und wie du dadurch neu aufblühen und wachsen kannst, dann fang an, selbst in der Bibel zu lesen. Falls du noch keine eigene Bibel hast, dann melde dich doch bei uns. Wir schicken dir kostenlos und unverbindlich eine zu. We Shangietschung. Wenn du mehr dort in der economies schiebter Kapi von германnust, dann fang an, selbst im Kontifachung. Dann Cornflник. Untertitelung des ZDF, 2020